Hi und herzlich willkommen zurück zu UHC-Battle, ihr Ficker. Ja, Marcel ist heute ein bisschen krank. Deswegen darf ich den Laborpart übernehmen. Ein bisschen krank. Ja, ein bisschen. Ja, zwischen Mannen, wir sind immer nur ein bisschen krank und stellen uns an wie Pussys. Ich mach uns jetzt einen Kompass, okay? Weißt du, wie der geht? Ja. Okay, ich nehm mich nicht. Ich hab's mir aber eigentlich aufgemacht. Hä, der Kompass geht nicht. Ja, du brauchst ne Enderperle. Ja, normaler Kompass geht auch nicht. Marcel. Marcel. Ja? Normaler Kompass geht auch nicht. Hä, wie denn, wie ist denn das? Haben wir den Link gekriegt? Ja, das, was Domse da uns geschickt hat. Wann hat er denn was geschickt? Ich hab den, warte. Ist das im Teamspeak oder in Skype? Teamspeak. Du brauchst, äh, vier Eisen. Ein Spinnenauge, Leder ist es, glaub ich, ein Knochen und von einem Creeper Schwarzpulver. Ja, okay, hab's schon. Okay, gut, ich dachte, ich, okay. Jo, Gesundheit. Wo ist die Mitte denn, mein Freund? Die Mitte? Ja. Wie die Mitte? Damit wir uns nicht zum World Border bauen. Ach, du meinst, das Spawn, ja, disch die richtige Richtung. Da, wo du grad hinläufst. Mein Freund, Alter, wir haben ein Problem, wir brauchen unbedingt Gold. Ich weiß, ja, gut, Dias haben wir ja schon. Ja, aber das bringt uns nichts. Lass mal weiter Stripmine, ich geh wieder auf meinen Gang nach rechts, okay? Jo, ich Stripmine hier weiter. Okay, da ist Erde. Zack, ne Fackel hin. Ja, bitte, 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 nutz viele Fackeln. Ich hab keine Lust, dass hier irgendwo Monster spawnen. Verstehst du, was ich mein? Ja, klar. Ich hab nur Eisen jetzt. Eisen ist gut, dann können wir uns gleich die Rüstung weiterbasteln. Wie viel Eisen hast du? Ich hab aktuell elf Eisen. Ich hab Kohle gefunden. Beziehungsweise, beziehungsweise schon gebratene. Zwei. Ach, übrigens nochmal an alle, die das jetzt hier schauen. Hört bitte auf zu spoilern, sonst dreh ich durch. Echt, wurde bei dir gespoilert? Ja. Oh. Ist natürlich doof. Ja, ich baue die Kohle jetzt nur ab. Nicht, weil wir sie brauchen, sondern weil... Wegen Level. Wir Dingens brauchen, Level brauchen, ja. So. Oh Gott, ey, wie geht's so scheinbar. Was ist nochmal dieser rote Stein? Redstone. Für den Kompass. Nein, nicht Redstone. Nee, den brauchen wir ja nicht. Was denn für ein roter Stein? Oder ist das Redstone da oben? Nee, das ist ein Spinnenauge, oder? Spinnenauge sind nicht einfach irgendwo. Nein, ich mein... Bei dem Crafting-Rezept für den Tracker. Ach so. Das oben, rechts ist das Spinnenauge, links ist Schießpulver. Du musst eigentlich gegen jedes Monster einmal kämpfen. Okay. Zombies, Skelette, Creeper, Spinne. Und das ist aber relativ gefährlich. Ich weiß, aber wir müssen das machen, um zu tracken. Warum brauche ich eigentlich hier so viel Stein ab? Bin ich bescheuert, oder? Ich brauche jetzt weiter nach geradeaus und dann immer so Gänge rein. Wir müssen Gold finden, Alex. Weiß. Das musst du mir nicht sagen. Naja, du checkst das ja nicht ganz. Doch. Ich check alles, mein Freund. Du checkst gar nichts, du bist gut. Halt die Fresse. Wichser. Selber Wichser. Kannst du mal bitte dich zu mir graben gleich? Nein. Ich höre irgendwo Wasser. Ich grabe mich mal kurz zu dir, weil dann können wir schon mal das Eisen brennen. Meeres. Hier ist schon eine dicke Höhle. Yo, lass nicht reingehen. Das ist mir zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Obwohl, da könnten wir Dingens finden. Entschuldigung für das Gehuste. Jo, kein Ding. Oh fuck, das ist eine Schlucht auf jeden Fall. Pass auf, pass auf, nicht, nicht. Danke. So. Ja, ich bin schon weggegangen. Geh mal zur Seite. Mach schon. Zubauen und die Öfen hier hinsetzen, weil ich keine Lust habe hier. Okay, das war doof. Intelligent. Oh. Wäre mal krankisch, das ist schon mal verpeilt. So, dann pack das Eisen da rein. Unten? Ja. Okay. Und links packe ich nochmal Fleisch rein. Okay. Boah, ich habe jetzt 17. Warum habe ich 17 Redstone? Läuft bei mir. Na, ich will das nicht. Nein. Du weißt es hinter dich. Also, du weißt schon, dass ich jetzt obervorsichtig bin, ne? Ja, klar. Ich habe keine Lust, noch mehr Leben zu verlieren. Äh, ich mache jetzt Schuhe. Einmal für dich. Ich habe Schuhe für dich. Wo? Gib sie mir. Jetzt fehlt nur noch ein Helm, da habe ich alles. Bei dir auch, oder? Ja, ich brauche noch Schuhe und Helm. Rudel hier mal ein bisschen. Entschuldigung für das Gehuste, es tut mir echt leid. Ja, passiert, wenn man krank ist. Das ist aber nicht nur irgendwie krank, sondern das ist eine richtig fette. Ich weiß nicht, ob das eine Grippe ist oder so. Könnte schon sein, ja. Dann fahr mal, ich farm hier mal, das ist die Kohle, gell? Also, ich würde am besten sagen, wir machen das so, bevor wir uns ein Ding ins Basteln. Ein, äh, gucken wir, ob du hier vielleicht schon mal Gold findest oder so. Bevor wir uns hier irgendwo, äh, die Monstersachen farmen, für die... Ja, sollten wir Äpfel kriegen. Sollten wir Äpfel kriegen, auf jeden Fall. Also, Goldäpfel, meinte ich. Ja, ich bin jetzt voll Iron, Bruder. Bei dir läuft, ja? Aber ist das? Ach, ne, ist schon nur Eisen. Deswegen ist übrigens auch die Facecam aus, weil ich aussehe wie der letzte Vollspaß. Oh, bei mir ist es an und ich habe eine neue Ansicht, Digga. Mein Zimmerle umgestellt. Alex? Ja? Wo bist du? Ich bin in der Höhle. Ja, warte, hier, ist der Helm. Liegt hinter dir da, 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 da. Da. Noch ein weiter runter, ja, genau. Ja, ja, er wollte gerade nicht runterlaufen. Ach so. Ja, so kommt man da nicht rein. Sehr gut. Ja, so auch nicht. Dann machen wir es halt vor. Zack. Ich muss echt sagen, ich bin fast so paranoid wie Dominic. Zack. Ich nehme die Öfen nicht mit, okay? Ich nehme nur die Working Manch mit. Ja, die Öfen können wir uns die ganze Zeit craften eigentlich. Ja, ich mache jetzt nur noch die letzten beiden Eisens. Ja, du könntest mal neue Spitzhacke machen und so. Ich habe noch eine. Zwei habe ich noch. Ja, meine ist fast dauernd. Ja, warte, ich, die liegt hier unten bei dir. Okay. Du bist schon eine Steinspitzhacke. Ja. Ich rede aber von einer Eisen. Gut, dann packe ich die Eisen hoch und farm jetzt nur mit der Steinspitzhacke. Das mache ich auch so. Eisenschwert wäre vielleicht noch ganz hilfreich für später mal. Ja, dann mache ich davon auch noch zwei. Jo. So, davon habe ich... Ach, das ist so ruhig, ne? Das ist so... So kennen mich die meisten wahrscheinlich gar nicht. Ja, so ist es halt, wenn man krank ist, was du immer machen. Oh, nee, man war ich das letzte Mal krank, alter. Leben ist nicht immer eine Party. Ich finde Eisen aber kein Gold, man. Ich traue mich nicht, direkt durch die Höhle zu gehen. Nein, das ist auf jeden Fall Obsidian. Ja, das könnte uns für Neter hilfreich sein, aber... Ja, warte, dann packe ich, dann mache ich uns noch zwei Eimer. Aber ich habe mir gerade schon überlegt, so... Du hattest schon recht, das ist eigentlich Schwachsinn, weil wenn wir in Neter gehen, da sind übel die Gegner und wenn wir nicht raggen, alter, vergiss es. Okay, ich habe nur einen Eimer. Gut. Läuft bei dir, ha? Alex, ich komme zu dir. Ich brauche erstmal eine Fackel. Die ich mir jetzt aus der ganzen Kohle hier bastel, die ich geformt habe. Das Schwert liegt hinter dir. Jetzt nicht mehr. Dein Inventar ist voll, ne? Meins. Sieht zumindest so aus. Äh, nö, einen Platz habe ich noch frei. Da oben ist noch Iron. Könnt aber mal hier wegwerfen. Da ist auch Iron, da ist auch Iron. Ich nehme mal das Eisen mit, was hier überall rumliegt. Das ist in Ordnung. Kannst du mich dafür... Ist das okay für dich, ja? Mach, mach. Ich schmeiße jetzt mal das Ganze, den ganzen Stein weg. Den bräuch ich ja eher, ich meine ich. Ja, mache ich auch so. Den Helm könnte ich mal anziehen. Das Ding ist, hier ist zu viel Lava, als ob ich mich, als dass ich mich hier irgendwie freiwillig hier bewegen würde, weißt du? Komm, Schatz, glaub direkt, in welche Richtung buddelst du? Ich bin jetzt oben, hier, guck doch, durch die Wand. Ja, ja, du bist über mir. Ja, weil hier oben Iron ist. Ja gut, dann buddel du da oben weiter und ich mach hier unten. Das ist ein Deal. Ja, ist in Ordnung. Gut. Du kleiner Ficker. Ah, ich bin hier oben bei dir, okay. Ich bin so unmotiviert aufzunehmen, ne? Ich will einfach nur noch wieder ins Bett. Ja, kann ich nachvollziehen. Und wie war deine Woche so? Ich lach, ab Montag lach ich flach. Meine Woche war gechillt. Ich war jetzt erstmal die nächsten drei Tage... Ich war nicht mal an. Krasser Typ, Digga. Ich war jetzt erstmal... Ne, ich hab jetzt erstmal die nächsten drei Tage frei. Wird geflätzt, Digga. Geiler, geiler Schei... Oh Gott, jetzt bin ich in deinen kompletten Cummestone gelaufen. Ich sammle gerade auch wieder auf, aber... Okay, hier scheiße Erde. Machst du bitte nicht einfach so in den Gang, Alter. Doch. Immer. Könnte ich eine Schaufel brauchen bei der ganzen Erde hier. Oh, ich krieg langsam Paras wegen den anderen. Wegen? Doch, steht Reffen, Dig. Ey, Weiß hat mittlerweile weniger Leben als du. Aber das war letztes Mal schon so, ne? Ne, eigentlich nicht. Doch. Hast du in der letzten Folge gesagt gehabt? Ne, da hatte der mehr als ich. Oder? Ne, am Ende der letzten Folge hast du gesagt... Boah, Weiß hat mittlerweile weniger Leben als ich. Hm, okay. Na gut. Was da? Da muss man auch mal Fragezeichen mit dazu, Freunde. Mit dazu. Ja, das heute ist schon ein bisschen, weiß nicht, eine langweiligere Folge. Weil Marcel nicht so ein Party machen ist und ich ihn auch ein bisschen schonen will. Ich, bauen wir weiter, ne? Achso, warte mal, warte hier. Okay. Oder echt, dass du es so nach oben packt, aber... Ja gut, hab ich gesagt. Ja, jetzt brauch ich auch eine. Ach, mir fällt gerade auch der Fernseher ist noch an. Scheiß drauf. Aber ich merk echt gar nichts mehr, Alter. Passiert. Wie wird's sexuell missbraucht? Hä, du bist so ein Vollidiot. Ich hab mir doch gerade... Kannst du die Sachen bitte wieder hinwerfen, Alex? Achso, was wolltest du schon machen? Du hast mir vier Sticks weggenommen. Ne, du hast mir sechs Sticks weggenommen. Oder acht. Und, äh, Cobblestone. Ich hab mir gerade was gemacht, du Vollidiot. Warte. Werf doch einfach alles hin. Den, 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 den Enchanting Table, äh, den Crafting Table bitte auch. Hier. So, jetzt baust du weiter. Los. Du Sack. Ja, Entschuldigung, ich dachte, du wärst auch fertig, weil ich dir ja schon einen hingeworfen hab. Ich hab dir eigentlich eine Spitzhacke hingeworfen. Die hast du selbst wieder aufgenommen, wahrscheinlich. Hm. Na, egal. Ich baue hinter uns mal wieder die Gänge zu, weil ich paranoid bin, okay? Jojo, mach. So, was war da jetzt so lustig? Erdholz. Jetzt. Jetzt verstehe ich das. Ist da schon wieder jemand in mein Zimmer? Gehen wir eigentlich Richtung Mitte? Ja, ja. Ich fahr mich mal parallel zu dir, ne? Jo. Ja, ja, die Richtung passt auf jeden Fall. Ach, ich will aber nicht durch den Gravel abbauen. Ich hab irgendein Lazzuli, hab ich. Könnt ich das abbauen mit Stein? Was denn? Ich hab hier's Lazzuli. Und hier brauchst du Eisen für. Gut, dann lassen wir das mal hier. So, ich baue jetzt neben dir. Also ich bin jetzt ein paar... Oh, das ist zu wenig. Ich baue weiter. Mal hier so ein bisschen rum. Vielleicht hat's dir ja was. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nö, ich sneak nicht. Wieso? So hatten wir vielleicht. Ach, Quatsch. Wenn Feinde kommen, sollen sie doch. Vergiss nicht, dich mal nach links und rechts zu bauen. So ein bisschen. Einfach nur gucken. Boah, jetzt doppelte Breite, Digga. Das ist schwachst du nicht. Bau immer so weit, du kannst nach links und rechts. Einfach stehst dann einfach im Gang. Das Server hat grad geleckt. Echt, hat er? Ja. Ach, folgend Ende. Okay, ich baue mich mal zu dir. Gut, Freunde. Hab ich gesagt. Ach, the game is now frozen. Okay, gut. Achso. Sehr gut, Freunde. Dann, äh, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Macht euch gut, Leute. Boah. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.